hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen vlog ich muss euch einfach zwei neuheiten zeigen weil ich komme ich drum herum das eine ist einfach nur wunderschön und das andere ist so unglaublich lecker und zwar gibt es einen brandneuen tee white peach pure tox tee von fitvia und oh mein gott ich würde ihn am liebsten mir als kette umhängen damit ich bin die ganze zeit riechen kann und das meine ich wirklich ernst ich bin wirklich sowieso ein extremer liebhaber von pfirsichen ich habe auch ich weiß in der vergangenheit immer mein mann auch so viel pfirsich eistee getrunken und wenn man überlegt wie viel zucker da drin ist und wie viel kalorien oh mein gott bei dem hier könnt ihr es ganz einfach machen abkühlen lassen oder sogar noch ein paar eiswürfe reinhauen dann habt ihr den perfekten eistee aber auch heiß schmeckt er richtig richtig lecker und das genialste der hat einfach mal null kalorien null ihr habt richtig gehört ich zeige ihn euch gleich noch mal ein bisschen näher und es gibt auch eine brandneue bottle vielleicht habt ihr es schon der eine oder andere mitbekommen aus der love is love collection richtig schön hier mit diesen farbspritzern die einfach in den regenbogen farben sind ich glaube viele von euch haben das mitbekommen momentan love is love ist ja in aller munde und super super wichtig und ich finde es so schön dass fitvia gesagt hat okay wir ändern dann nicht nur ein foto um oder schreiben text dazu sondern die haben einfach eine komplette bottle dazu kreiert wie krass ist das bitte also richtig richtig nice und auch durch die bunten farben ist es einfach super super sommerlich richtig schön ihr wisst die fit via bottles die sind in so einem glas aus glas system also so eine doppelverglasung das heißt die tees bleiben länger heiß länger kalt weil da einfach die außentemperatur nicht so schnell dran kommt und ich habe hier ja gerade kochend heißes wasser reingegossen und ihr seht dass ich kann es ganz normal halten also das ist natürlich auch ein vorteil und davon abgesehen mega stylisches accessoire der brandneue white peach puretox tee ist einfach nur eine fruchtbombe so extrem lecker das ist einfach so schmeckt der sommer leute viele exotische früchte sind mit drin super fruits wie zum beispiel moringa oder limon gras papaya richtig richtig genial wie immer 100 prozent natürliche inhaltsstoffe made in germany und ich habe euch ja schon mal gesagt es gibt verschiedene kategorien was ein loser tee sozusagen bekommen kann das kann man hier nicht mit diesen ganzen losen tees die es im beutel gibt oder sowas vergleichen absolut gar nicht leute die haben hier die höchste qualitätsstufe an losen was ein loser tee überhaupt bekommen kann also 100 prozent natürlich inhaltsstoffe und die beste qualität die es überhaupt gibt und wie gesagt made in germany das hat schon einiges zu heißen und der geruch ist einfach nur der absolute wahnsinn also hier riecht es gerade einfach nur nach vier sich aber noch nach anderen exotischen früchten also sehr 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 exotisch so richtig sommerlich frisch es macht einfach freude und spaß ist alleine zu riechen und zu trinken ist einfach nur der absolute wahnsinn hier gibt es übrigens auch solche behälter bei fit via falls die noch nicht kennt die kann man hier oben aufmachen und einfach den tee reinfüllen und dann habt ihr den in solchen behältnissen wenn euch die tüten nicht gefallen finde ich richtig richtig stylisch was ich aber an den tüten auch sehr sehr gerne mag ist dass die erstens offen sind dass man schon direkt sieht und was ist da drin also man kann ja wirklich hier alles raus sehen man kann dich hier oben aber auch verschließen und der tee verliert dann dadurch eben nicht sein geschmack seine intensität oder sowas einfach verschließen dann ist alles safe dieser neue tee ist auf jeden fall was für früchte liebhaber wenn es jetzt welche oder früchte tees wenn jetzt aber welche unter euch sagen ich bin eigentlich eher der kräuter tee dann gibt es ja auch noch einen anderen tee und zwar der peach pürtox tee da ist dann der normale gelbe viel sich drinnen mit kräutern ist dann ein kräuter tee und hier ist eben der weiße viel sich mit exotischen früchten und deswegen ist der dann halt eben der früchte tee und der andere der kräuter tee ihr lieben ich werde euch alles noch mal in die infobox verlinken ihr bekommt mit dem code amanda peachy satte 40 prozent ihr lieben so einen hohen code hatte ich schon sehr 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 lange nicht mehr also da kann man sich jetzt auf jeden fall satt was sparen wenn ihr was nachbestellen möchtet was testen möchtet oder vielleicht was verschenken möchtet könnt ihr euch jetzt wie gesagt 40 prozent auf die komplette seite sparen ohne irgendwelche einschränkungen schaut euch sehr sehr gerne den neuen thema an oder auch die neue battle die sind einfach so wunderschön beziehungsweise super super lecker alles ist in der infobox verlinkt und jetzt geht es für euch mit dem blog weiter hello ihr lieben einen schönen guten morgen wir haben 8 51 mittlerweile schon glaubt unglaublich wie die zeit vergeht mittwoch heute steht einiges an ich habe wirklich viel zu tun heute und das erste womit ich mich morgens schon mal beschäftige ich habe schon ratet mit sind kerzenhalter oh mein gott also wow story of my life kerzenhalter ich werde davon wahrscheinlich die nächsten zwei monate träumen ich habe gerade den lias in den kindergarten gebracht und wollte dann kurz zum id weil uns käse leer gegangen ist und eier einfach nur so paar kleinigkeiten ich habe nur schon mal eine halbe tüte voll einfach nur ein paar kleinigkeiten und bin dann da aber noch mal an den angeboten vorbeigeschlendert das lustige ist das mache ich nie ich schaue einfach in den im prospekt sonntags gucken wir immer unsere zeitschriften unsere werbezeitschriften durch und wenn da nichts dabei ist dann mache ich das beim einkaufen auch nicht weil es halt sehr viel zeit wegnimmt und diesmal habe ich das gemacht fragt mich nicht warum und was finde ich da eine kleine spalte wirklich auch durch zufall gesehen eine kleine spalte wo man halt wo die die sachen dringel liegen hatten aus einer kollektion mit so goldenen sachen da lagen zum beispiel bilderrahmen drinnen und kerzenständer leute einmal ein so ein drei es war wirklich nicht groß also ungefähr so groß und das war so ein viereck und da waren dann konnte man vier kerzen also langstellige kerzen praktisch reinmachen und dann gab es noch eins oh mein gott dann gab es noch ein zweier set wo zwei kerzen rein also aber getrennt voneinander und auch mega schön genauso wie ich es mir vorgestellt hatte ich hatte euch ja gestern diesen kerzen halter gezeigt so mit diesen dünnen stilen sozusagen und sowas gab es halt eben einzeln mit einem runden fuß oder eins mit so einem viereckigen oder runden fuß wo dann halt praktisch dieses ja dieses dünne halt nach oben geht naja lange rede kurzer sinn diese dinge haben halt immer mindestens 15 euro kostet im zweier oder im dreier set jetzt haltet euch mal fest beim aldi während die für 399 oder sowas gewesen was auch schon einfach nur geschenkt ist es wäre der absolute hammer wenn ich das nicht warum habe ich das kann sein dass ich es überflogen habe weil ich es zu diesem zeitpunkt weil das war nicht aus dieser woche die werbung sondern aus letzter woche denn die sind sogar noch mal reduziert das zweier set für 17 17 für 270 für 269 also preis hammer optik also genau das wie ich es gesucht habe problem das war natürlich letzte woche schon deswegen habe ich nur neun packungen also ich habe jetzt neun packungen bekommen der mich komplett mitgenommen ich würde am allerliebsten und ich werde heute ich habe heute wirklich viel zu tun ich muss das aber irgendwie hinbekommen weil wer weiß wie lange die noch da sein werden ich würde am allerliebsten direkt 35 packungen mitnehmen also wir haben eigentlich 34 tische ich mache mal einen puffer mit rein mit 35 tischen das habe ich jetzt bei der anderen deke auch komplett gemacht nicht bei allem aber bei manchen sachen ich würde am allerliebsten 35 packungen also für 34 35 packungen haben weil bei dem preis könnte ich sogar und das ist das was ich am allerliebsten machen würde zwei denn da an einem tisch hinstellen bei dem preis ist es halt absolut drin oh mein gott es wäre so 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 mega wenn ich das bekommen würde ja ich hatte halt auch gefragt ob die in einem anderen aldi nachfragen können aber wenn die in der artikel die haben praktisch diese einzelnen kerzen ständer kann sie nicht nachfragen sie kann nur dass die komplette kollektion set nachfragen das heißt wenn die mir jetzt am telefon sagen wir haben noch 30 stück da dann muss es gar nicht auf diese kerzen ständer bezogen sein sondern es kann auch auf den vier also auf diesen vierköpfigen kerzen ständer bezogen sein oder sogar auf den bilderrahmen und so deswegen ja muss ich alle aldis abklappern wir haben halt jetzt hier ein in der nähe der ist noch nicht mal zehn minuten entfernt zu dem fahr ich jetzt und versuche mein glück hoffe dass er auch vielleicht so neun stück oder so was hat man vielleicht sogar noch mehr bitte 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 lieber gott ja die also bei die bei unserem aldi war es jetzt so dass diese komplette kollektion dass da noch sehr viel drin lag also die ist wahrscheinlich ich weiß nicht ob die nicht so gut angekommen ist da war noch sehr viel drin das war mein glück dass ich überhaupt neun packungen bekommen habt ist ja schon mal mega also ich hoffe wie gesagt dass ich so viele bekomme dass ich an jedem tisch zwei stück hinstellen kann und im schlimmsten fall stelle ich halt auf jeden tisch dann nur einzelnen aber auch das muss ich erst mal zusammenbekommen weil jetzt habe ich neun packungen also neun 18 stück hätte ich jetzt also 18 tische wären versorgt ihr lieben drückt mir die daumen ich melde mich gleich wieder und sag euch mal wie viel ich hier bekommen habe und wenn ich hier jetzt nicht alles bekomme das glaube ich auch nicht dass ich hier alles bekomme das wäre schon sehr krass aber dann müsste ich auf jeden fall noch mal zu anderen aldis fahren mal gucken wo es noch welche gibt in anderen ortschaften ähm ja weil mein mann ist ja am arbeiten ich habe ihn aber gerade extra angerufen ob es in ordnung ist dass ich noch mal ein paar minuten weg bin und er meinte ja äh der samo ist total gechillt alles super weil es gibt halt morgende da ist der samo gechillt und der spielt und ist ruhig und alles ist super und dann gibt es halt die morgende wo das nicht der fall ist ähm und da wäre es halt nicht so gut wenn ich jetzt weg wäre weil dann kann mein mann halt nicht arbeiten aber er sagt das ist alles in ordnung ich kann ruhig ähm noch zu dem anderen aldi fahren wenn ich hier jetzt nicht alles bekomme dann werde ich aber erstmal nach hause fahren und auch erstmal was frühstücken weil wir haben jetzt gleich neun uhr ähm und dann später nochmal losfahren so mittlerweile wieder zu hause ich habe im aldi gouda mitgenommen weil wir hatten gar nichts mehr da und noch mal so ein magnetbuch diesmal aber mit pepperpick der lias mag total gerne und diese magnetbücher sind der absolute hit also der hat seitdem ich ihm das gegeben habe spielt er mindestens einmal am tag damit also richtig gut und diese magneten nimmt er dann ein magnete nimmt auch oben für seine magnet tafel genau dann einmal hier wald fruchtformalade die ist jetzt so gut wie leer dann brauchen wir neue spülmaschinen ich habe meine ja komplett wegschmeißen müssen dann einmal blutorangensaft yummy schon lange nicht mehr gehabt dann eier jede menge quetschies die sind nämlich auch irgendwie relativ schnell leer gegangen dann habe ich hier italien allrounder mal gekauft von justspice ich habe von der marke schon super oft gehört auf instagram und so weiter bei verschiedenen influencern und mich interessiert es tatsächlich ob es einfach so gut dass die waren jetzt ich weiß auch gar nicht was die ehrlich gesagt kosten normalerweise auf deren online seite das hat jetzt 2,99 gekostet das riecht auf jeden fall sehr lecker das sind so verschiedene kräuter drin aber auch salz sehr viel paprikapulver das mag ich ja die challenge allrounder hat sich für mich einfach perfekt angehört weil das so meins ist was ich halt immer so benutze was ich jetzt nicht so cool finde ist dass da nicht so ein streuer mit dabei ist dass man das so streuen kann es ist kennt ihr mal von euch das bei ist liebt ihr das mögt ihr das das würde mich interessieren könnt ihr mir gerne sagen ich werde das auf jeden fall für die nächsten gerichte mal testen vom preis her muss ich sagen finde ich auch vollkommen in ordnung ich habe hier es gibt natürlich diese günstigen geschichten die man so für 50 cent bekommt aber meine ich muss echt sagen ich hatte jetzt zum beispiel ich hatte irgendein kräuter gewürz mal so eine italienische kräuter mischung so ganz günstig gekauft und das ist wirklich kein vergleich zu diesen teuren und ich habe jetzt hier so ein kleines ding die kosten immer 1,99 und die sind ja wirklich noch mal um einiges schlanker von der größe her relativ gleich schau mal hier sind 12,5 gramm drin 12,5 gramm und hier sind 57 gramm drin also vom preis her würde sich das hier viel mehr rentieren aber bis jetzt kam für mich noch niemand an diese marke ran weil das ist einfach die best also wie gesagt ich habe mal günstigere sachen ausprobiert weil zwei euro für so ein ding und die gehen wirklich bei uns super schnell weg was hatte ich denn hier zum beispiel so eine gartenkräuter mischung habe ich mal gekauft einfach für den salat bei lidl war das also ich habe es nicht oft benutzt sagen wir mal so ich bin echt gespannt weil ich davon jetzt schon viel gehört habe ich wollte es mal testen jetzt habe ich gerade gesehen dass es beim aldi so eine kleine auswahl halt eben gab die haben ja super viel ich teste das erstmal das eine und wenn ich damit zufrieden bin dann schaue ich mal ob ich mir noch welche weitere hole und ich habe mal hier so eine erste hilfe kästchen geholt aber nicht fürs auto da haben wir ja welche drin liegen sondern das ist extra für die tasche das ist extra super klein und das möchte ich mal in die wickeltasche mit reinlegen wir hatten jetzt nämlich zum beispiel den fall dass der lias der hatte sich im kindergarten weh getan und hatte halt eben geblutet und da hat sich eine kruste gebildet und im schwimmbad hat sich die krust anscheinend aufgeweicht und hat dann so ist dann so ein stückchen abgestanden und hat dran gezogen und die kruste abgezogen und er hat geblutet wie sonst irgendwas und ich hatte kein pflaster und nichts dabei klar man kann dann auch mal zum bademeister gehen oder wie auch immer aber es geht darum dass einfach wenn man mit den kindern unterwegs ist gerade so vielleicht auch ein spielplatz wenn man eben gerade keinen da hat der einmal mit dem pflaster aushelfen kann ist das ganz gut weil hier sind so basic sachen drin unter anderem eine maske wenn man sie mal vergessen sollte also hier sind verschiedene pflaster drin hier ist aber auch eine pinzette oder eine schere mit dabei finde ich auch sehr sehr genial dann halt eben solche kompressen und erste hilfe ratgeber generell was man machen könnte auch sehr gut also diese sachen sie sind mit drin das finde ich sehr cool die hat fünf euro kostet ich glaube so was ist eigentlich ganz genial mal dabei zu haben so und es war schon was ich geholt hatte ich habe ja schon gesagt eigentlich jetzt nichts besonderes vor allen dingen wegen käse und hier wegen spülmaschinen tabs bin ich losgezogen das gestern von meiner schwester eingeliehen so kommen wir zu den kerzenständern und zwar handelt es sich um diese kerzenständer schaut mal es gab halt welche die ich gesehen hatte bei amazon und co die waren auch so gab es welche oder welche die den stil in der mitte haben oder die in runden boden haben oder stil einfach hoch geht war mir eigentlich egal mir ging es eigentlich darum dass dieses gestell nicht dick ist sondern wirklich nur mit so dünnen stielen ist und dass es gold ist und dass es halt eben ein bisschen erhöht ist und dass es halt nicht so klein ist also wirklich kann man überhaupt nichts sagen weil wenn man sich jetzt vorstellt dass der ganze tisch so beige weiß ist ein paar gold akzente und dann eben mit diesem boho look sprich auch diese pampas gras und trockenblumen und so weiter und so fort das sieht sehr 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 genial aus also ich hoffe was heißt ich hoffe ich werde später in der samu sein mittagsschläfchen macht und er schläft ja immer seine guten zwei stunden zweieinhalb man versuche drei gestern hat er auch super lang geschlafen dann muss ich noch viele 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 aldis abklappern gehen denn in meinem ersten aldi der hier bei uns im ort ist habe ich neun packungen bekommen und beim zweiten wo ich jetzt gerade war nur eine richtig trostlos es gab nur noch eine einzige was ich jetzt aber gemacht habe ist vorsichtshalber habe ich mal auch das vierer ding mitgenommen schaut mal so sieht es aus ich hoffe ich habe es wochen einigermaßen beschreiben können halt ebenso viereckig wie ein würfel und dann halt eben die dinger drauf werde mal gucken ob ich dazwischen auch noch mal so ein bisschen pampas gras dazwischen schiebe das irgendwie noch mal so ein bisschen aufwerfen keine ahnung auf jeden fall haben die halt einfach jeweils egal ob das einzelne teil oder die zweier sets 2,70 gekostet das ist ein traum ich habe jetzt wie gesagt ich weiß dass es bei uns im aldi nämlich davon auch noch ich glaube drei vier packungen oder sowas gab also im notfall könnte ich sagen okay ich mache zwei drei tische damit und dann mal einen damit dann wieder ein paar einfach so ein bisschen verteilen hauptsache ich kriege das irgendwie gebacken damit ja es ist halt vom preis her mega was mich bei dem hier stören würde wäre dass wir noch mehr kerzen bräuchten wobei es geht eigentlich die kosten ja 45 cent beim action aber trotzdem auf masse gerechnet ist es dann halt wieder sehr viel ich habe jetzt glaube ich 40 euro für kerzen ausgegeben oder 50 euro also das ist schon ja sogar 50 euro das ist halt schon eine menge deswegen ich hoffe ich kriege davon hier halt noch welche das einzige was schade ist dass die gleich hoch sind dass sie nicht auf einer höhe sind aber das ist jetzt ich bin froh dass ich überhaupt welche gefunden habe also mega das wird auf jeden fall in der tagesaufgabe sein bei verschiedenen eigens wir haben jetzt hier ein und zehn minuten von uns entfernt ein aber der nächste ist wirklich erst einmal muss ich so 20 minuten fahren weil das sind dann die größeren nächstgrößeren ortschaften in der nähe von bad homburg und dort ist dann gefühlt in fünf minuten takt sind sie dann miteinander verteilt und da kann ich dann halt eben wirklich auf suche gehen ich freue mich richtig für den preis ist der absolute wahnsinn ja ich muss nur bei ernst nix family dann abbestellen beziehungsweise die haben mir heute morgen eine bestätigung geschickt dass die sachen auf dem weg in die filiale ist ja also die drei die ich gekauft habe ich finde die echt schön die werde ich auch einfach für mich hier privat behalten weil ich das nice finde die kann man halt super verstauen und dann für sämtliche anlässe egal welche farbe halt eben dann auch benutzen aber das ist auf jeden fall die bessere alternative und sogar noch günstiger also die von ernst nix family waren ja schon günstig für 399 zwei stück aber für 2 euro 70 zwei stück selbst wenn ich auf jeden tisch zwei stück hinstellen würde komme ich bei noch nicht mal 90 euro raus oder so um die 90 euro das ist der absolute oberknüller der absolute oberknüller also ich werde ich werde alle aldis abfahren und ich hoffe so sehr dass ich mal ein paar aldis finde wo es dann mal ein paar mehr packungen gibt dass ich irgendwie auf meine 34 auf jeden fall 34 tische komme vielleicht noch mal einer puffer freu mich so jetzt wird aber erstmal gefrühstückt und da werde ich arbeiten die tassen hauen arbeiten also so gut es geht dass wenn ich den samodern hinlege weil das wird schon in einer stunde ungefähr sein dass ich den samodern hinlege wir haben schon 20 vor zehn hat heute aber länger geschlafen deswegen werde ich ihn frühestens um 10 30 11 eher hinlegen genau also würden es wird man wieder ein stressiger tag aber es macht spaß die postbote hat geklingelt und ich habe mir bei melux handy hüllen bestellt bzw eine davon ist für meine schwester das sind die die so eine kette halt eben haben das ist manchmal einfach wirklich praktisch gerade wenn man auf dem spielplatz ist oder irgendwo am shoppen ist dann ist es immer praktisch und das ist aber so eine spezielle wo man diese kette ganz einfach entfernen kann und man hat trotzdem die hülle noch drauf als es keine kette die mit der hülle sozusagen zusammen ist sondern man kann auch die hülle separat benutzen ohne dass man das band noch dazu hat also finde ich richtig genial meine schwester hat davon schon ein paar stück und jetzt bin ich auch obsessed und habe mir welche bestellt und ich hatte mich für einmal diese farbe am liebsten hätte ich ein beige gehabt haben sie aber nicht und ich wollte nicht schwarz nehmen deswegen habe ich mich mal für was farbenfrohes entschieden so ein wunderschöner korallton mega auch die gleiche farbe es gibt auch welche die so ein bisschen bunt sind die waren jetzt nicht so meins aber das hier finde ich sehr klasse und das ist was ich meine was für eine simple idee eigentlich also man kann mit die handy hülle so separat benutzen ist auch richtig schön weich oder halt eben das hier so rein machen weil bei den meisten handy hüllen ist ja hier an der an der hülle so die kordel halt eben dran und man kann die nicht ab machen und das hat ist das was mich hat mich immer gestört so kann man jederzeit schnell das einfach kurz hochheben die handy hülle das abmachen oder auch wieder dran machen richtig hinein die habe ich mir ausgesucht meine schwester wollte eine hier in diesem flieder haben sie hat schon genug von diesen kordeln in verschiedenen farben deswegen wollte sie jetzt nur separat die hülle haben und ich habe mir noch eine zweite bestellt und zwar in rosa lust drauf finde ich auch schön so ein bisschen neutraler sehr sehr hell mochte ich sehr gerne oder mag die werde ich auf jeden fall gleich mal anziehen und dann mache ich mich jetzt gleich auf den weg weil wir mittlerweile 11 uhr mein blog ist gerade fertig geschnitten und lädt jetzt auch schon auf youtube hoch richtig genial also perfekt und deswegen mache ich mich jetzt auf den weg und klappe alle all dies ab die mir mein navi anzeigt all die nummer hier ich war gerade in bad homburg ich war gerade schon im aldi in bad homburg da gab es zero kein einziges richtig richtig ätzend jetzt bin ich den ort weiter gefahren nach ober ursel ich war es dass ich was übersehe und hoffe dass ich hier zumindest ein paar bekomme oh man es wird wahrscheinlich eine lange sucherei ich merke schon ich merke schon schon wieder ein flop die hatten gar nichts mehr da die anderen filialen hatten wenigstens dann mal diese bilderrahmen und so weiter noch macht sich da ich habe jetzt eine verkäuferin gefragt und sie meinte ich soll lieber mal in filialen fahren die so ein bisschen abgelegener sind die nicht so viel umsatz haben wo nicht so viel los ist steinbach oder sowas sagt sie grad zu mir muss ich mal googeln und da mal hinfahren super da sieht man mal wie abgelegen wir sind dass ich bei mir in der filiale neun stück bekommen habe crazy leute endlich ein erfolgserlebnis fünf stück ich zeige ich jetzt mal die kollektion schauen das sind die bilderrahmen auch voll schön auf den tisch zu stellen dann sind es ja hier die fähre und dann gibt es hier auch noch solche grenze oder kreise so ein ring so ein dekoring dass man den auch machen kann eigentlich auch voll cool aber die lasse ich jetzt erstmal da weil ich weiß dass wir in unserer filiale dafür noch ganz viel haben aber ich bin gerade so froh fünf stück jetzt nächste filiale ist ich glaube so sechs sieben minuten entfernt also weiter geht's so jetzt war ich hier bei einem abgelegeneren da gab es noch ein paar sachen ich habe jetzt zwei packungen bekommen es gab auch noch eine dritte aber da waren nur ein ständer dran und den einzelnen ständer wollte sie mir nicht verkaufen ich habe gesucht durch den ganzen aldi ob irgendjemand diesen einzelnen ständer irgendwo hingestellt hat nein also wenn ich mit zwei raus das heißt ich habe jetzt sieben ich brauche auf jeden fall insgesamt 14 also mindestens sieben noch acht werden cooler aber sieben ich komme ein ziel näher das war jetzt all die nummer sechs oder so also weiter geht's ihr lieben ich habe es geschafft unglaublich aber wahr ich war in einer filiale gewesen ich war in einer filiale gewesen da habe ich zwei stück bekommen jetzt gar nicht wenn ich mich das letzte mal bei euch gemeldet habe also ich habe zwei stück bekommen die dritte war die dritte packung war kaputt da konnte ich die konnte ich nicht bekommen damit jetzt in die nächste filiale gefahren schweilbach am taunus oder im taunus keine ahnung und dort gab es gar keine obwohl es relativ abgelegen ist und ich bin aber die frau die ich gefragt habe war anscheinend die filialeiterin oh mein gott ich könnte sie küssen denn sie hat einfach das genialste gemacht die hat einfach in anderen filialen angerufen wo es noch welche gibt und jetzt bei einer filiale 13 stück gefunden 13 die ist aber sehr weit weg und die schicken das aber hierher und so gegen freitag ungefähr kann ich dann hier die 13 stück abholen richtig genial und sie hat für mich auch noch bei einer filiale jetzt angerufen die ist jetzt so 13 minuten entfernt zu der fahr ich jetzt die haben noch sechs stück oder so was hat sie gesagt also ich bin auf jeden fall dann bei meinen 34 35 stück ich freue mich so sehr mega genial genau da fahre ich jetzt gerade hin ich weiß jetzt gerade gar nicht okay ja das hole ich jetzt dort ab und dann geht es schnell nach hause denn wir haben jetzt mittlerweile schon einfach 20 vor zwei aber mein mann hat sich noch nicht gemeldet der sagen müsste noch schlafen aber ich glaube der schläft jetzt wirklich nicht mehr allzu lange habe mittlerweile auch hunger ja deswegen ich freue mich so ich habe es geschafft unglaublich mein handy wird auch jeden moment ausgehen mein handy in meinen akku ist komplett leer steht die ganze zeit ja ist der bildschirm ist schon dunkel und schon mehrmals gewarnt dass er es gleich vorbei ist sozusagen die ätzend gott ist es hier eng und die lassen einen auch nicht durch wo sind wir denn hier gott ihr lieben egal ich habe es geschafft stundenlage rumfahrer rein jede all die filiale die es in der nähe gibt aber ich habe es geschafft königstein sieben stück habe ich hier bekommen richtig genial ja jetzt fahre ich ab nach hause ich habe jetzt hier noch mal ein paar sachen gekauft sollte burgerfleisch und sowas alles mitbringen und habe auch generell noch ein paar sachen zwischendurch immer mal wieder gekauft zum beispiel solche tischhusten und so weiter dies bei uns im aldi gar nicht mehr gab oder beziehungsweise in anderen farben wenn ich gleich zu hause bin dann zeige ich euch erstmal die sachen die ich sonst noch gekauft habe und ja jetzt bin ich also wie viel habe ich jetzt heute dann bekommen 14 stück habe ich jetzt bekommen vom rumfahren und elf heute morgen genau und 13 stück werden noch in die andere filiale geliefert sie hat gemeint falls ich irgendwo noch andere finde und dann an dem tag doch nur zehn mitnehmen ist auch vollkommen in ordnung das heißt aber auf jeden fall meine 35 voll ich bin gerade so erleichtert ich war echt zwischendurch verzweifelt wenn eine nach der anderen filiale immer nur eine da hat oder sogar gar keine dann ist es so wie soll ich auf die 34 tische kommen aber jetzt endlich endlich ist das thema kerzenleuchter abgehakt noch nicht ganz ich brauche noch mehr kerzen endlich zu hause katastrophe es ist mega nämlich am schütten draußen und irgendwie leute sind bei anstatt 100 sind sie irgendwie 50 gefahren katastrophe das sind die sachen die ich noch mal mitgenommen habt ihr so eine xxl spätzle dann diese brötchen die sind super duper lecker also mag ich richtig gerne aus dem ofen jede menge wieder dieser figuren hier bekommen dann habe ich einmal mini schnitzel mitgenommen dann das haben sich mein mann und meine schwester gewünscht die ist nämlich heute burger ich esse es nicht ich mag es irgendwie gar nicht mehr und ich habe hier noch mal in der 23 für den samu was mitgenommen der hat er jetzt gerade neue die 22er die passen ihnen auch aber wenn er dann da raus wächst dass er hier für den sommer auf jeden fall noch was hat und ich habe noch mal ein paar quetschiges mitgenommen weil diese apfel banane birne gibt es bei uns auch schon länger nicht mehr nur diese ganz normalen mit apfel und banane einfach nur hier mit birne dachte ich mir nehme ich mal mit und diese regel habe ich auch schon ewig nicht mehr bei uns gesehen deswegen habe ich da jetzt auch mal ein paar mitgenommen das verräume ich jetzt mal verräume ich jetzt mal gott bin völlig gaga da muss ich mich an den pc setzen ich habe den ex an den akku angeschlossen der war nämlich auch leer und der lädt aber schon die ganze zeit weil ich ein video heute morgen fertig geschnitten hatte was ich auf jeden fall noch machen muss ist diese ganzen pakete mal auf machen weil die sind ja hier alle zu gewesen also das hier jetzt nicht dass ich euch wochen gezeigt habe aber wir sind ja alle zu dass ich gucke dass die auch wirklich alle ganz sind dass da nichts kaputt ist oder 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 genau und die teile hier die werde ich wahrscheinlich zurückbringen genau ich bin völlig fertig ach so ich habe noch was geholt ich habe hier einfach aufgehört hier solche kussen und zwar wir haben ich habe gesehen als wir uns die location angeschaut haben dass da ein so ein stetisch ist und dafür habe ich jetzt mal so eine husse geholt dass wir die ganz am anfang hinstellen so für den sekte empfang sozusagen die war auch reduziert auf 499 mega und hier habe ich noch mal solche pusten für bierbänken wir werden wahrscheinlich den braut tisch aus solchen bierbänken machen einfach weil es sich anbietet weil die ja wirklich nur auf der einen seite sitzen und hier vorne passiert ja nichts das ist dann muss dann nicht so ein großer tisch genommen werden und man hat halt auch viel mehr platz links und rechts weil die insgesamt zu acht vorne sitzen ja und ich habe ja solche röckchen geholt die wollte ich ja eigentlich zurückgeben umtauschen nimmt amazon aber nicht an das heißt ich muss die behalten die waren halt ein bisschen durchsichtig aber wenn ich diese husse hier drauf mache und dann dieses röckchen drumherum dann wird es glaube ich funktionieren irgendwie deswegen habe ich die jetzt nochmal mitgenommen eben zwei weil wir zwei tische nebeneinander machen ja das ist der plan die weiß ich ganz schön was die kostet haben ich glaube zwölf oder 13 euro pro paket aber da sind ja auch noch die husten für die bierbänke und ja deswegen ich glaube so was kann man auch immer mal gebrauchen ich bin langsam wieder entspannt wir haben mittlerweile schon 20 nach fünf die erstes mittlerweile zu hause hat aufgehört zu regnen wir haben endlich mal was gegessen und gequatscht ich habe gerade kassensturz gemacht mal wirklich ganz genau ausgerechnet was ich bis jetzt ausgegeben habe und ich bin fast bei dem budget was mir das brautpaar genannt hatte genau ich habe jetzt einfach gesagt die sachen die ich ab jetzt noch besorgen werde die werde ich den einfach schenken weil es gibt ich kann einfach ich habe auch keine zeit mehr irgendwie manche sachen zu bestellen oder so was es fehlen jetzt eigentlich auch nur noch ein paar sachen vom andreas genau und da muss ich gucken da werde ich auf jeden fall über das budget kommen aber nicht viel und deswegen dass wir dann gehört mit zum hochzeitsgeschenk so jetzt werde ich gleich mal die ganzen packungen auspacken und gucken ob alles in ordnung ist ich wollte euch nur mal kurz was zeigen ich habe hier bei flakoni nämlich was bestellt habe hier ein paar pröbchen bekommen und das hier habe ich bestellt hat mir nämlich mein friseur empfohlen weil meine haare die haben schon wieder so leichten gelbstich ich kann aber kein richtiges silbershampoo drauf machen weil ich bin ja jetzt nicht blond wie man sieht aber das ist einfach so ein bisschen sandiger wird also genau und er hatte mir jetzt von maria nila was empfohlen das soll richtig richtig gut sein ist auch wirklich schweinerteuer ich glaube das ding hier hat 22 euro oder sowas gekostet und es ist so ein lief in ja es ist kein conditioner man soll das nach dem ganz normalen haare waschen drei bis zehn minuten drauf lassen und dann wird das ganze so ein bisschen matter natürlicher also nicht mehr so warm sondern ein bisschen abmattiert sozusagen also so kann man sich das eigentlich vorstellen genau ich habe jetzt die farbe sand gewählt da gibt es dann viele verschiedene farben und ich hatte bei flakoni bestellt weil es dort irgendwie am günstigsten noch mit gewesen ist und ich bin echt gespannt ich werde das auf jeden fall später auch mal testen ich muss jetzt sowieso gleich unter die dusche mal meine haare waschen also meine haare sehen aktuell so aus genau ich habe jetzt beim letzten mal als ich sie gewaschen hatte einfach luft trocknen lassen und dann sind die ein bisschen ein bisschen buschiger auf jeden fall ich werde mir gleich eine haa baske rein machen dass die ein bisschen mehr feuchtigkeit bekommen bisschen mehr glanz aber die sind auch so schön glänzen auf jeden fall und wenn ich damit fertig bin werde ich das reingeben und dann bin ich echt mal gespannt wie der effekt ist ob sich das geld lohnt das hatte er mir auch im friseursalon rein gemacht hat gemeint besorgt ihr das und macht das alle paar haa baschen rein weil dann musst du nicht drüber irgendwas machen mit keine ahnung viele machen das dann durch die ganze zeit blondierung in meinem kopf nicht färben sondern tönung oh gott jetzt als klick gemacht viele tönen dann drüber oder bei richtigen blondinen die können ja dann so ein silbershampoo benutzen damit einfach alles nicht mehr so warm ist sondern ein bisschen aschiger bisschen kühler wird und das kriegt man damit hin und das gibt es halt eben verschiedene töne und bei mir ist es halt eben so ein sandton was er mir empfohlen hatte das werde ich auf jeden fall später noch benutzen genau aber jetzt gucke ich mal ob alles in ordnung ist weil ich hatte in einer aldi filiale so ein vierer set hier gesehen und da war ein so ein ständer abgebrochen das habe ich durch zufall gesehen deswegen dachte ich mir so okay wenn jemand irgendwas durch die gegend geworfen hat sollte lieber mal überprüfen ob alles in ordnung ist genau und diese vierer werde ich auf jeden fall zurückgeben genau so ja ich beprüfe mal dann melde ich mich wieder mit frisch gewaschenen haaren und ich habe dieses sand diese sandmaske jetzt mal verwendet ich weiß nicht ob man es erkennen kann so gut an der kamera aber ich merke schon dass ich das dass ich da ein bisschen was verändert hat ich hatte auch meine hände ich weiß nicht wie oft ich die jetzt gewaschen habe die letzte stunde die waren echt so ein bisschen ich würde nicht sagen verfärbt aber so einen kleinen ja so nicht orange sondern sand stich tatsächlich also wir waren so ein bisschen die hand in flicht mal so ein bisschen verfärbt also ich bin auf jeden fall sehr sehr zufrieden ich habe mir auch gerade von pomelo eine maske reingemacht gehabt und die einmal ein bisschen geglättet weil die letzten mal habe ich sie einfach luft trocken lassen weil so heißes wetter war aber heute ist es nicht so warm also wir haben zwar immer noch war aber nicht dass ich mich jetzt mit lassen haaren raussetzen könnte vor allen dingen haben wir auch mittlerweile halb acht deswegen ich werde mich jetzt auch auf die couch setzen ein bisschen weiter arbeiten genau die jungs gerade ins bett gebracht ja ich wollte eigentlich nur noch mal das endergebnis zeigen genau ihr lieben heute passiert auch nichts mehr deswegen würde ich sagen wir hören und sehen uns morgen wieder also macht's gut tschau tschau